Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr konntet so ein bisschen die, ja, die letzte Rallye oder die Rallye im November ein bisschen mitnehmen. Ihr konntet vielleicht auch, ja, aufgrund meiner Inspiration so ein bisschen vielleicht da für euch eine Aktie finden. Ja, ich habe zwischenzeitlich so ein bisschen an meinem Ton gearbeitet, gab so ein bisschen Tonprobleme mit meinem alten Mikro. Da habe ich mich ein bisschen verbessert und werde auch weiterhin, ja, mindestens der Kanal und die Abonnenten hergeben. Weiter so ein bisschen investieren, vielleicht auch mal mit Schnitt anfangen, also mit Videoschnitt. Ja, das war es zu mir. Ich werde jetzt in Zukunft die Videos ein bisschen kürzer halten, weil meine letzten Videos waren ein bisschen lang und vielleicht ist es für den einen oder anderen etwas angenehmer, wenn man kürzere Videos kompakt zusammengefasst hat. Könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Also ihr könnt so oder so gerne schreiben. Ich freue mich immer, mich mal mit anderen Anlegern auszutauschen. Aber was ihr davon haltet, ob längere Videos oder kürzere Videos. Und ja, würde mich freuen, wenn man da so ein bisschen Feedback bekommt. Und ja, jetzt mit einem neuen Mikro werde ich auch wieder durchstarten mit... Ich habe immer noch viele, viele Aktien, die ich vorstellen möchte. Einige sind schon gut gelaufen, andere, ja, sollten noch gut laufen. Und ja, dann mache ich mal rein ins Video. Heute dabei habe ich die Hensold AG, ein Rüstungsunternehmen aus Deutschland, breit aufgestellt. Sie sind meistens im Sensorbereich aktiv, also sie produzieren Sensoren und Sensortechnik für Rüstung und sind aber auch im Bereich Halbleiter mittlerweile relativ gut aufgestellt. Wie man hier sieht, ja, Raumfahrt, Luftfahrt, an Land sowie zur See haben sie da, also haben sie ein breites Produktportfolio anzubieten. Und bei Rüstung muss jeder für sich selber entscheiden, ob er in sowas investieren möchte. Hat natürlich immer irgendwo was mit Krieg zu tun. Keiner von uns mag das. Aber ich bin an der Börse, um Geld zu verdienen. Und das Unternehmen habe ich heute dabei und wollte es mal vorschlagen. Und natürlich keine Anlageempfehlung. Macht eure eigenen Recherchen natürlich auch nochmal. Guckt euch auch die Website an. Sie ist sehr, sehr groß. Sind unter anderem auch in dem Bereich KI unterwegs und bauen auch da ihre Präsenz immer mal wieder aus. Warum ich sie heute dabei habe, da kommen wir jetzt zu. Die Aktie ist so ein bisschen unter Druck geraten wegen der Haushaltskrise in Deutschland, weil man jetzt nicht genau wusste, um welche Investitionen geht es. Wenn ja bei Chipfabriken sollen ja hier gebaut werden und der Bereich Solar oder überhaupt die Sachen, die für den Klimawandel zugutekommen, damit der nicht mehr so schnell fortschreitet wie Solar, Wasserstoff und so weiter. All diese Investitionen wollte Deutschland da tätigen und dann hat der BGH gesagt, so stopp, die Schuldenbremse muss eingehalten werden. Und da war natürlich auch irgendwo zumindest die 100 Milliarden Sondervermögen für die Rüstungsindustrie in Gefahr. Aber wie man jetzt lesen konnte, also man kann viel lesen, was da so wahrscheinlich eingestampft wird an Investitionen. Aber von Rüstung habe ich da jetzt noch nichts gelesen. Deswegen ist diese Gefahr eigentlich schon mal gebannt. Man weiß natürlich nie, welche Auswirkungen das am Ende hat. Aber ich denke, hier wird auch massiv weiter ausgebaut und weltweit ist die Nachfrage nach Sensorik groß. Man hat gerade erst wieder einen neuen Auftrag an Land gezogen für das britische Verteidigungsministerium, glaube ich. Den Artikel habe ich jetzt hier nicht vorliegen. Aber auch da sieht man, dass einfach weltweit das Thema einfach groß bleibt. Und ja, ein weiterer Grund, warum die Aktie unter Druck geraten ist, ist hier gestern, ist durchgesickert oder wurde bekannt gegeben, dass Hansol den Rüstungsspezialisten aus München den ESG übernehmen wird und dafür eine Kapitalerhöhung anstrebt von 10%, glaube ich. Und auch neue Schulden werden aufgenommen. Das kommt natürlich erstmal nicht so gut bei der Börse an, weil es natürlich Kosten sind und die Verschuldung steigt natürlich an. Aber wir gucken gleich mal, wie sich das auf den Chart ausgewirkt hat. Im ersten Moment war es natürlich ein Schock und dann wird sowas mal eben abverkauft. Ich hatte die Aktie schon vorher, also ich wollte schon vorgestern ein Video machen, kam zeitlich nicht dazu. Und ja, deswegen. Danach wurde sie nochmal abgestraft, das heißt, hätte ich so ein Video gemacht, wäre es natürlich erstmal ein Minus gewesen. So ist es jetzt eine andere Situation ein bisschen. Hier sieht man dann mal den Wochenchart. Das war die Verkündung, dass man die Firma kaufen möchte. Da gab es natürlich dann Abverkauf und heute, ja, hat es sich dann auch schon wieder deutlich erholt. Wenn man sieht, auf einmal gab es, war mein erstes Minus den Tag über mit 1 oder 2% und plötzlich ist man 3 bis 4% im Plus. So schnell kann es gehen an der Börse und für mich langfristig weiterhin eine gute Investition. Hier jetzt noch kurz ein Blick auf die Aktie im Gesamten. Hier war natürlich der Kriegsbeginn in der Ukraine. Deutlicher Anstieg bei allen Rüstungsaktien und so eine kleine Phase der Konsolidierung. Dann kamen gute Zahlen und dann eben die 100 Milliarden an Sondervermögen, die bereitgestellt werden sollen. Und jetzt zuletzt gab es einen extremen Rücksetzer. Aber wie man eben sieht, zum Beispiel habe ich hier mal Rheinmetall mit reingenommen, ist natürlich ein deutlich größeres Unternehmen. In anderen Bereichen tätig, aber dennoch aus derselben Branche. Und hier ist dann doch schon eine Diskrepanz zu sehen, wie sich Rheinmetall entwickelt hat in den vergangenen Wochen und eben auch Hensold. Und deshalb denke ich, dass das in den nächsten 12 Monaten aufgeholt wird. Oder vielleicht sogar kurzfristiger, muss man mal sehen. Alles, was ich hier auf meinen Kanal bringe, sind eher so Anlage- oder nicht Anlage-Empfehlungen, sondern Tipps für Aktien, die man mindestens ein Jahr halten sollte. Also es ist nichts für, ich kaufe die heute und nächste Woche Mittwoch bin ich 30% im Plus. Da müsst ihr selber nachgucken, sowas findet man nur selten. Oder hat auch was mit Glück zu tun, ist Zockerei irgendwo auch. Aber ich denke, langfristig bleibt das Thema sehr, sehr spannend. Und das Unternehmen sowieso. Und ja, der Newsflow beim Unternehmen ist eigentlich durchweg positiv. Hier baut man jetzt eine neue Fabrik in Oberkochen, die dann hochpräzise optonische Messgeräte produzieren soll. Und ab 2025 soll hier dann eben produziert werden. Auch da wächst man weiter, organisch. Das ist auch immer wichtig. Jetzt hat man eine Übernahme getätigt und wächst auch dahingehend. Ich denke, dass die sich auszahlen wird in den nächsten Jahren. Und ja, kurzer Blick, schneller Blick noch auf die Fundamentaldaten. Der Unternehmenswert ist momentan 2,5 Milliarden, also ist ein relativ kleines Unternehmen noch mit einem KGV von um die 20 und KUV 1,5. Aber ich denke, bei dem Umsatzwachstum, und das werden wir uns leider noch angucken, ist es durchaus in Ordnung. Muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Aber klicken wir mal einmal weiter. Und was man auch noch beachten sollte, ist, dass der deutsche Staat, also die Bundesregierung hier mit Anteilseigner ist, sowie ein größer italienischer Rüstungskonzern, nämlich die Leonardo SPA. Ist ja jeweils mit 25% mit drin. 25,1% ist ganz wichtig, weil sie dann ein Mitspracherecht haben. Das heißt, das Unternehmen kann nicht frei entscheiden, was es tut. Hat Nachteile, hat aber auch Vorteile. Das sind natürlich auch, hat natürlich den Nachteil, dass diese beiden Parteien mitentscheiden. Hat aber auch einen großen Vorteil, dass, glaube ich, keiner von beiden daran gelegen ist, dass diese Unternehmen pleite geht. Also sowas wie ein Anker auch. Muss jeder für sich selber auch da entscheiden, ist es für ihn negativ oder positiv. Ich sehe es neutral, aber das muss man auf jeden Fall mal eben kurz anmerken. Fangen wir mal wieder nach oben. Hier die Finanzen. Die KGVs werden natürlich sinken. Muss man jetzt natürlich abwarten. Wie die Gewinne dann auch wirklich dann, denke ich, da ist noch nicht mit eingepreist, dass eine Übernahme getätigt wurde und dafür auch noch ein neuer Kredit aufgenommen werden musste. Aber das Umsatzwachstum, denke ich, kann man so auf jeden Fall mitnehmen. 10% im Jahr finde ich relativ konservativ, weil wenn die neue Fabrik 2025 steht, wird es auch da nochmal einen Schub geben. Die Nettoverschuldung muss man natürlich jetzt mal abwarten. Die wollte man drastisch senken. Ja, gut. Jetzt hat man die Übernahme getätigt. Wird sie natürlich erstmal hochgehen. Keine Frage. Aber auch da, denke ich, die Eigenkapitalquote wird sinken. Wird steigen und der Free Cashflow wird aufsteigen. Schauen wir mal, was die nächsten Wochen und Monate bringen. Für mich Kursziel hier auf jeden Fall bis Ende 2024 auf jeden Fall die 30 Euro wieder zurück. Dass die zurückerobert werden und alles Weitere muss man dann sehen. Wenn natürlich wieder ein Boom kommt, kann es auch ganz schnell höher gehen. Ich glaube, viel tiefer wird es nicht gehen. Aber wie gesagt, ich kann das nicht vorhersehen. Die Börse macht, was sie möchte. Ich kann nur Tipps geben und vielleicht einen Denkanstoß für einige. Jetzt ist das Video doch schon wieder ziemlich lang geworden. Ich verabschiede mich dann für heute und schreibe gerne in die Kommentare, was ihr so von dem Unternehmen haltet. Und auch gerne einfach mal ein bisschen austauschen. Ich freue mich drauf. Und morgen gibt es ein neues Video auf jeden Fall. Auch sehr spannende Aktie, wie ich finde. Tolles Wachstum. Und ja, dann bis morgen. Ciao.